Ihr habt nur sein körperliches Wumul-Seite bekommen. Ne, ne, doch mal als ein Dummy heißt er auf dem Sodom. Dann schiebe ich die Hüfte nach vorne, sodass das Gewicht nicht ganz, aber zum Großteil am Vorderfuß ist. Das heißt, wo du neuer Fuß wechselst, wäre zuerst der vordere Fuß zurück und dann erst kommt der linke Fuß nach vorne. Machen wir ein paar zusammen. Eins, zwei, drei. Die Hardcore-Version davon, weil wir ja nicht zurückgehen wollen, wäre jetzt, dass ich hier im Core extrem anspanne und, und das ist jetzt, das kann man nicht mehr langsam machen, das geht nicht mehr, wenn es schnell ist. Und dass ich, wenn ich den Fußwechsel mache, den Oberkörper möglichst nicht zu weit nach hinten bewege, damit ich eben keine Reichweite probiere. Das heißt, anspannen und die Hüfte nach hinten bewegen. Also, ein Angreifer darf mit Ausfall oder auch mit Schritt, das ist wurscht, einmal das vordere Bein greifen und ihr versucht euer Bein mit dem Fußwechsel in Sicherheit zu bringen. Okay? Erste Version, der Angreifer macht einen Reverso Tondo, das wäre ein Waggelchen links zum Bein. Und ihr versucht, den Fußwechsel aber nur mal die erste Hälfte zu machen. Das heißt, wenn das Schwert kommt, zieht den Fuß zurück und schneidet ihn in den Unterarm, wenn man auf den Unterarm geht. Und dann kann man das auch noch mal die große Hilfen machen, das heißt, das ist jetzt die Distanz, okay? Wenn ihr alle schon so nahe steht, ist das ein bisschen witzlos, macht es so, dass der Angreifer zumindest einen Schritt machen muss, damit er das Bein erwischen würde, okay? Und dann versuch ich mal konsoliert auf den Unterarm, den Hieb, okay? Und dann ist es stopp. Mehr will ich jetzt gar nicht. Wenn der eh soweit reinkommt, dann reicht es jetzt mit dem Fuß zurückziehen. Wenn der aber ziemlich weit weg kommt, dann kann es sein, dass ich den kompletten Fuß wegzubrauch mit Spannung hier, damit sich da noch in den Kopf kommt. So, das war Nummer 1. Wenn er zum Bein geht, schau ich, dass ich das Bein in Sicherheit bringe und ihn zumindest noch am Arm, ob ich, wenn er so nicht ganz weit kommt, dann schau ich, ob du so deinen Kopf verwirschst. Das geben wir jetzt mal in den Hinterkämmer rein und ich merke es noch später. Nummer 2, anonimo Stück, und zwar, wir zeigen es euch mal langsam. Ihr schwertet beide in Coda Longa Escreta mit dem rechten Fuß vorne, das bedeutet, Coda Longa Escreta heißt, meine Hand ist auf meiner Außenseite, mein Schwert zeigt auf den Gegner. Angreifer macht einen Mangretto, genau, in Cigliara, Coda di Ferro Screta. Das bedeutet, ich steige erstens aus der Linie, winken, ihr erinnert euch, was wir am Anfang gesagt haben. Das heißt, ich steige hier raus und nicht nur nach vorne und ich möchte... ... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ihr habt immer einen Angreifer, einen Verteidiger. Der Angreifer hat zwei Optionen. Entweder geht zum Kopf oder geht zum Bein. Der Verteidiger darf, je nachdem, entweder versuchen, ob der Berater durch den Kopf umricht. Oder verriert und redet es nicht rein. Das letzte, was ich noch antieße und wollte ist das Versetzen in der Volumäse-Schule. Im Prinzip geht es darum, dass ich beim Verteidigen drei Möglichkeiten habe. Entweder ich reite aus oder ich pariere oder ich versetze. Ausweitung ist, glaube ich, seltserklärend. Parieren heißt, ich stelle das Schwert einfach so, dass die Linie zu ist. Das, was wir vorher hatten, mit der Konzernogen, nicht schneller das Schwert zu werden. Und jetzt gibt es das dritte, das Versetzen. Das ist so irgendwie die Kombination für mich aus beiden und auch die coolste Variante. Weil ich im Prinzip den Angriff nehme, das Schwert aus dem Weg schlage und schaue, dass ich dadurch auch gleich wieder einen Vorteil habe. Die einfachste Übung dafür wäre, ihr gebt das Schwert in Botanifera Laga oder Toda Lange Laga. Das heißt, im Prinzip für euch, Hand ist außen oder innen, Spitze zeigt zum Boden. Der Gegner kommt mit einem Mandrito Fendente, also von rechts oben. Noch mal langsam. Und was ich jetzt mache, ist, ich schlage das mit Fall so. Falsche Schneide, sagt man auf Deutsch? Ja. Falsche Schneide, schlage ich das Ding weg, bevor es mich erreicht. Das heißt, ich schaue, dass ich das Ding möglichst, und das ist das Schwierige, weshalb ich sage, ich ziehe es nur an. Ich muss ihn erstens mit meiner Stärke erwischen, mit seiner Schwäche idealerweise. Ich muss idealerweise schauen, dass ich ihn mit meiner Klinge an seiner Fläche erwische, damit ich eine bessere Kraft übertragen habe. Und ich mache natürlich das richtige Timing, zwischen zu weit vorne oder zu weit hinten. Und ich mache noch einen Schritt nach vorne. Ihr erinnert euch, wir gehen heute nicht zurück. Und das Ganze muss mit Schmackes passieren. Machen wir mal. Das heißt, ich schaue, dass das Schwert wirklich wegfliegt. Und dann brauchen wir hier eigentlich nur noch einmal draufhauen. Das heißt, wir gaan sprechen. Das heißt, wir sollen unsere Klinge an. Und das ist nicht so Rakete, und wir können mal wieder schlafen. Das heißt, wir können dann auch noch einmal draufhauen. Das heißt, wir können auch los 2050-35-1- Laz psychedel Pre覽ifikation, Das ist nicht so krank. Das lanes, wir müssen uns nach oben auf bekanalen. Und das ist nicht so richtig Raw. Untertitelung des ZDF, 2020